alle Leute ich bin sehr groß ich mache jetzt ein Let's Show, mein Gott Video Landsword das ist jetzt schon reingemacht genau na, in der Welt scheinen wir einfach mal schnell la la la, nein also ich fang ganz an, wir machen wir mal zum Anfang dass die nicht wieder mozzt, dass ich gleich wieder aus nehmen wir mal so nehmen wir mal die Goldene hier haben wir noch Scheiß diese Tarnese jetzt einfach mal das ja, das geht so man sieht hier ein Wolf Boom Toteinschuss Boom 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 kann man auch es macht Bock damit Tiere zu töten Leons Belieb sagen wir mal so also jetzt nehme ich mal hier durch oh 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 für die Pro Windows ähm okay das auch das ist ich sag mal das ist der das ist ich sag mal oh ich sag mal das ist wei das ist da ich sage es Spielwolf-Team kennt, ich mach vielleicht den Download-Link rein in die Beschreibung wenn ihr es wollt, ich hab's gezockt ich spiel's nicht mehr, ich hab zu viel gehackt ich wurde einfach zur Stadt gebannt, hatte keinen Bock mehr noch einen Account zu machen, hatte schon vier Stück oder so, also genau ähm, noch ein paar Dinge will ich jetzt kurz eine andere Welt machen äh, nein, das soll ich noch weiterstellen neue Welt, kreativ nehmen wir jetzt mal also, bitte nicht rummotzen weil ich jetzt wieder eine kreativ nehme und ich bin so, ich spiel einfach zu gerne kreativ ich werd's noch mal bisschen versuchen genau, wir laden 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 genau, ähm, hier die nächste Art es gibt das kleinste was man noch machen kann hier gibt's noch ähm, Helme und Anziehsachen und sowas ähm, hier da sind wenn man jetzt ein Panzer bauen will oder ein Flugzeug ich versuch jetzt mal das geht echt nicht ich weiß es nicht also, ja, so gut Focker Nummer eins irgendwie Kacke brumm brumm jetzt haut'n das Ding da ab ja, full null gut ganz kann man ganz zu okay das ist natürlich jetzt ein überloser Lack jetzt brauchen wir erstmal full, haben die gesagt dann kann man da ganz hinzufügen nehm ich mal den hier genau also auf Lookzeug gehe ich auf Air Pool haben wir mal Pool rein genau und irgendwie kann man gleich ich check grad mit W also mit Leertag steigt hier und okay es ist schwer dieses Ding zu fliegen aber es klappt nicht einfach aber kommt es ist nun auch wieder egal okay passiert jetzt versuche ich mal ne gute Landung okay das war schon mal das Ding einfach hm okay ich hier okay ich hier okay okay ich hab das Ding geschrottet merke ich gerade aber ist nicht so schlimm dann gehen wir mal eine größere Art an okay die ist auch nicht grad größer nochmal wieder kaputt ich ich leere hier mal aus so also wir brauchen Mangel so cool dann brauchen wir mal ein großes Flugzeug jetzt muss ich natürlich erstmal versuchen zu spawnen danke Slug das ist nicht so scheiße scheiße ähm das kann passieren tja das endet jetzt mitten in der Aufnahme aber kommt das ist nicht schlimm auf wiedersehen